hallo hallo herzlich willkommen zum aufgaben video und die erste aufgabe die wir hier erledigen ist tanze in der küche vom dörr bürger da landen wir jetzt auch als erstes so können nicht dass wir so viele sind das muss ich jetzt mal was da freue ich mich doch besonders so nach ein paar kämpfe sind dann mal in der küche angekommen so jetzt wollen wir schnell noch ein tanz hinlegen und jetzt will ich mir jetzt versorgen dass wir leben mehr kriegen gehen wir ab zur nächsten aufgabe so da sind wir unterwegs und vergucken mal ob wir ein glühwürmchen glas finden wir haben ja schon mal glück es ist nacht hoffentlich auch noch nacht wenn wir unten sind normal in den obstgarten ob wir da irgendwo glühwürmchen finden die zweite aufgabe lautet ja benutze ein glühwürmchen glas bei pizza pit nachdem ich jetzt bisschen gelootet habe und glühwürmchen gesucht habe leider noch keine gefunden habe haben wir jetzt aber glück und finden nämlich hier jetzt ein glühwürmchen glas dann können wir ja die aufgabe erledigen pizza pit wir kommen wir kommen hallo ich kann immer noch kein geld sammeln ich weiß tut mir echt leid ich muss jetzt echt nicht damit ist die aufgabe auch erledigt und level aufstieg haben wir auch wie schön dann auf zur nächsten aufgabe so als nächste aufgabe machen wir dann fahre von der burger nach pizza pit ohne das fahrzeug zu verlassen dann mal los somit sind wir wieder im landeanflug auf der burger so jetzt landen wir mal bei der burger schnappen uns ein auto und fahren rüber zu pizza pit ein kanister obwohl sich hier noch einer schnappt ich wollte mal was zum heilen verdammt ich hoffe ich war eine truhe was drin trink dann könnte ich gleich nehmen glühwürmchen glühwürmchen geht mir was zum essen hier banane na gut alles große munitionskisten hier so was so jetzt muss ich aber los sonst brauche ich dann gleich nicht mehr ich tank mal gerade mal voll so dann kann ich den weg tun die maschinenpistole noch mit besser als nix aber noch eine musik ist die kann ich auch nicht einfach stehen lassen sollte ich reifen drauf packen kann auch nicht schaden die dollsten waffen sind es noch nicht aber eine tech ist dabei schon mal gut so was markiere ich mir gerade wo ich hin muss einmal voll in den sturm ohne irgendwas zum heilen dann 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 Auf geht's. Oh, das sieht aus. Mies, lenken. Ich darf den nicht verlassen. Schade, da macht was schönes. Egal. Das ist kein Fahren, das ist ein Hoppeln hier. Und da bin Sturm egal. Seh nix. Raudi. Ja, geklappt hat's auf jeden Fall. So, wenn ich mich jetzt schnell umdrehe, vielleicht komme ich auch noch mal raus aus dem Sturm. So, und dann habe ich es auch noch aus dem Sturm raus geschafft. Und ich bringe diese Runde auch noch ganz zu Ende mit einem epischen Sieg. Das ist nice. Aber für dieses Aufgabenvideo war's das erstmal. Das zweite Video kommt dann noch raus. Das ist dann Sammle die Fachbücher in Holy Hatches im Pleasant Park. Da fangen wir beim nächsten Video dann mit an. Mahalo und bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Sam.